Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Endlich gibt es wieder ein DIY-Video von uns. Wir bekommen jeden Tag Kommentare, wann wieder ein DIY-Video kommt. Und deshalb ist es jetzt ganz besonders wichtig, dass ihr jetzt mal einen Daumen nach oben da lasst. Dann kommen vielleicht noch viel mehr DIY-Videos. Heute machen wir einfach mal diese DIYs, die einfach jeder nachmachen kann, die so schnell gehen und die einfach voll cool sind. Wisst ihr, man kennt doch diese Serien mit diesen Bastelsachen, wo man 100 Millionen Zutaten braucht. 8 Stunden Trocknungszeit, 20 Stunden Arbeitszeit. Das ist so unrealistisch, das kann man alles einfach gar nicht nachmachen. Und wir machen Sachen unter einer Minute. Stoppt bitte nicht die Zeit. Ja, um ehrlich zu sein, wir schätzen, es dauert unter eine Minute, wir haben noch nicht mitgestoppt. Eine Minute Lebenszeit für ein cooles DIY, das hört sich schon richtig gut an. Also wenn ihr das DIY doppelt haben wollt, 2 Minuten. Oder 3 oder 4, wenn ihr 4 wollt. Okay, wir reden schon wieder nur noch Blödsinn. Am besten fangen wir direkt an mit dem ersten DIY. Für das erste DIY braucht ihr diese wunderschönen Gold-Tattoos. Die sind ja eigentlich für die Haut gedacht, aber wir werden gleich damit einfach mal Kerzen aufpimpen. Und dann braucht ihr noch Wasser und einen Lappen. Diese Tattoo-Bögen sind schon mal in unserer engeren Auswahl, aber ich kann mich absolut nicht entscheiden, was ich nehmen soll. Die alle voll schön. Vielleicht was mit Federn, aber auch so ein Spruch oder so. So irgendwas finde ich auch so schön. Okay, ab wann wird die Zeit gestoppt? Wir haben uns für den Traumfänger entschieden. Ein bisschen Tempo heute, ne? Tempo, 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 Tempo. Taschentuch. Wie man es eigentlich auch auf der Haut einfach macht, mit Wasser andrücken. Das ist eigentlich nur 15 Sekunden DIY. Dafür dürfen die anderen ein bisschen länger dauern. Und wenn man das Tattoo leicht durchsieht, dann müsste es eigentlich geklappt haben und man kann es abziehen. Wow! Wow, wie schön ist das bitte! Das ist die schönste Kerze, die ich je gesehen habe. Kerze Nummer 2 mit diesen richtig coolen holographischen Schuppen und was ist das? Leopardenmuster, Schlangenmuster, Sternchen. Es sieht krass aus. Einfach alles drauf, oder? Ist das oben? Ja. Könnt ihr es den ganzen Tag lang machen. Her mit euren Kerzen. Achtung, Achtung! Wow! Magic! Das Ergebnis sieht doch einfach mal wunderschön aus, oder? So können die doch einfach mal locker auch im Laden verkauft werden. Ihr braucht stinknormale Wasserfarben und natürlich Pinsel und Wasser dazu. Und das Wichtigste ist eine Herzschablone. Die könnt ihr euch ganz einfach selbst aus Papier ausschneiden oder ausdrucken. Ein weiteres Blattpapier oder eine schöne gemusterte Karte solltet ihr auch noch zur Hand haben. Oh, und nicht zu vergessen, Wattestäbchen! Zuerst müssen wir die Herzschablone sichern, damit sie mal auf ihrem Platz bleibt. Das mache ich einfach mit so einem zusammengeklebten Klebestreifen hinten drauf. Und schön mittig. Keine Ahnung, ob das nicht mittig ist, aber hier kommt es jetzt einfach mal hin. Wenn die Farbe nehmen wir rosa-lila. Und das ist unsere Geheimwaffe, Wattestäbchen. Das Wattestäbchen zackt sich dann mit Farben voll und es könnt ihr dann wie ein Stempel benutzen. Und einfach Punkte machen. Ich würde näher dran so ein paar mehr machen und nach außen hin immer weniger. Es folgt der große Moment. Achtung, Achtung! Oh, voll schön! Guckt mal! Daraus könnte man jetzt super eine Einladungskarte machen, wo man in die Mitte schreibt. Oder einfach Kunst. Und bevor es gleich weitergeht mit den nächsten DIYs, schreibt mal einen Kommentar, wo ihr Plätze vergebt. Es gibt die Top 3 von allen DIYs in diesem Video. Was ist euer Platz 3, 2 und 1? Was ist euer Nummer Nummer 1 DIY aus diesem Video? Ich bin gespannt. Was genau tust du da? Das Einhorn ist zu groß für unser Glas. Fühl dich nicht gestört. Mach einfach weiter auf mein größeres Messer. Das ist verrückt. Du wirst nur eingesperrt. Wegen... Ins Ehrenhaus. Wegen Ehrenhaus, okay. Wegen Irre. Kann nicht mehr so lange dauern. Uff, ausgezeichnet. Und das Einhorn lebt noch hier. Keine Sorge, keine Sorge. Dem Einhorn geht's bestens. Das sind nur ein paar Löckchen, die jetzt fehlen. Wer kann jetzt schon erraten, was man aus diesen Dingen machen kann? Aus einer Einhornfigur, einem leeren Einmachglas, viel Glitzer, einer Heißklebepistole, etwas Spülmittel und Leitungswasser. Auf das Ergebnis könnt ihr schon mal gespannt sein. Wenn das jetzt nicht passt, liebes Einhorn, ich sag's dir. Hier bleibst du stehen. Das passt doch, oder? Yay! Das DIY kann jetzt starten. Das gute kleine Einhörnchen will jetzt wieder Heißkleber am Deckel befestigt. So. Und wenn man dann das Glas draufstellt, dann ist die Figur verkehrt im Glas und klebt am Deckel. Wenn das so aussieht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Jetzt kommt der beste Part und zwar das Glitzer. Machen wir ruhig viel. Jetzt kommt das Wasser von unserer Schneekuhl. Das ist ganz normales Wasser. Ganz toll machen. Und das hier ist der Geheimtrick. Damit das ganze Glitzer nach oben aufschwimmt, kommt ein kleiner Tropfen Spülmittel rein. Es wird spannend. Achtung, Achtung. Das ist zu wenig Wasser. Das Einer guckt ja fast oben drüber. Zum Lufthorn ist das. Das kann doch nicht atmen unter Wasser. Und tada, so sieht es aus mit richtig viel Wasser. Bitte schütteln. Ein kleines Einhorn im Glitzer-Wunderland. Wir basteln jetzt ein Aufbewahrungsglas in Wassermelonenoptik. Am wichtigsten dafür sind Acrylfarben in Pink, Grün, Weiß und Schwarz. Und natürlich noch das Glas, in dem wir dann später allen möglichen kleinen Kram aufbewahren wollen. Erstmal alle wichtigen Farben bereitstellen. Und dann geht der Malspaß los. Ich bin jetzt nicht so der Künstler, aber eine Wassermelone schaffe ich. Vom Pink brauchen wir auch am meisten. Erstmal brauchen wir die Schale, die wird so schön dunkelgrün. Und das ist genau die richtige Breite von dem Pinsel. So circa ein Zentimeter, ein bisschen mehr. So entlangziehen. Das Grün sieht jetzt noch nicht perfekt aus. Dann mache ich später gerne nur eine zweite Schicht, damit es besser deckt. Aber erst lasse ich das trocknen. Und währenddessen, ups, und währenddessen kommt jetzt die nächste Farbe. Das wird weiß. Was ist hier passiert? Jetzt haben wir einen pinken Boden. Sarin hat einfach mal den Boden... Das war unabsichtlich, das war ein Unfall. Sarin hat farbigen Pinsel auf den Boden geworfen und alles war pink. Äh, Entschuldigung. What's wrong? Wie schön wäre ein rosafarben Stativ. Ja, das kaufen wir mal. Wir malen sie ja nicht selbst an. Okay, jetzt kommt die rosa Farbe aufs Glas und die wirkliche mehr. Das ist lustig, weil da hat man eine große Fläche. Da kann man jetzt schnell und real pinseln. Ja, weil du musst ein bisschen Zeit reinholen. Du musst ein bisschen getrödelt, Vicky. Man kann es natürlich schnell und hässlich machen, aber auch schön und ein bisschen langsamer als eine Minute. Und was steht bei einer Melone? Natürlich die Kerne. Die kommen jetzt noch dazu. Das nächste DIY bringt ein bisschen Beordnung in euer Leben. Genauer gesagt in das Leben eurer Kopfhörer. Ein Kinderüberraschungsei, braune Acrylfarbe, Pinsel und grünes Bastelpapier ist alles, was ihr dafür braucht. Schritt 1 ist der absolut allerober, oberbeste. Man darf das Übe-Ei essen. Ist das nicht cool? Schafft man ein Ü-Ei unter einer Minute? Gebt mir die Hälfte. Gebt mir die Hälfte. Und das Spielzeug kann man auch erstmal weglassen. Ich glaube, das ist ein Auto. Das Ganze wird jetzt nicht eine Ananas. Das, malen wir mal ein Gesicht und ihre Ananasflecken oder so. Fang einfach mal mit den Augen an. Der stirbt ist nicht so gut. Vielleicht nehmen wir mal besser als Kindfarbe. Süß, der sieht schon richtig freundlich aus. Noch mehr Kawaii kriegt man, wenn man eine rosa Wange macht. Das ist immer so. Gesichter mit rosa Bäckchen. Die sind immer super süß. Oh, und das ist süß. Und mit diesem Stück Papier machen wir jetzt die Haare von der Ananas. Wir machen so eine kleine Krone, was die halt auf dem Kopf hat. Und schneiden hier einfach so ein paar Striche rein. So Einschnitte. Und daraus formen wir dann gleich die Frisur. Und dann wird das Ganze einfach so eingerollt. Das lange zuerst und dann wird es kürzer. Und dadurch hat man automatisch einen Stufenschnitt. Sagt die Top-Frisörin. Von der Ananas. Zack. Und dann kann man das so ein bisschen wellen. Naturwelle oder Dauerwelle. Je nachdem, was der Kunde wünscht. Und das wird jetzt auf die Ananas geklebt. Wir machen das jetzt einfach mit einem Klecks Heißkleber. Das geht am einfachsten. Aber das geht bestimmt auch irgendwie mit Klebeband oder anderen Kleber. Und da kann man das einfach so drauf passen. Zack. Und die Frisur ist jetzt bombenfest. Und jetzt kommen da einfach die Kopfhörer rein. Und die werden nie, 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 nie wieder verknotet sein. Oder verloren gehen in der Tasche. Cool, oder? So, so cool. Ich glaube, das ist einer meiner Favoriten. Und das kommt gleich so in meine Tasche. Vergesst nicht, auf den Daumen nach oben. Und ihr könnt unseren Kanal auch abonnieren. Einfach mal auf Abonnieren klicken. Dann seid ihr herzlich willkommen in der Wikiseriener-Fam. Hi. Hi an jeden neuen Abonnenten. Hi. Und den Kommentar mit euren Plätzen. Welche, die ihr am coolsten findet. Platz 1, 2 oder 3. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mua.